Support Video Voice Guidance Dieses Video zeigt dir, wie du die Sprachführung nutzt. Voice Guidance bietet dir bei Trainingseinheiten Statistiken und Anleitungen über deine Kopfhörer oder Smartphone-Lautsprecher, wenn dein Smartphone in Reichweite zu deinem Produkt ist. Um die Sprachführung einzuschalten, öffne die Flow-App und gehe zum Menüpunkt Geräte und wähle dein Produkt. Wische nach unten zur Sprachführung und öffne es durch Tippen. Schalte die Sprachführung ein. Wähle, welche Anleitung du während Trainingseinheiten hören möchtest. Du kannst aus Trainingszielen, Runden und Zonen auswählen und die Sprachgeschwindigkeit anpassen. Wenn du fertig bist, tippe auf Fertig. Im Vorstartmodus zeigt das Smartphone-Icon mit blauem Kreis, dass dein gekoppeltes Smartphone verbunden ist. Starte das Training durch Tippen auf das Display. Denke daran, dein Smartphone mit dir zu führen, um die Sprachführung zu nutzen.